Hi Leute, hier ist wieder euer Matrix und ich wollte euch hier in diesem Video was richtig cooles zeigen. Ihr könnt euch jetzt in GTA 5 in Tiere verwandeln. Das Ganze ohne Moden, ohne alles. Es funktioniert aber leider nur auf der Version von der PS4 oder Xbox One. Leider funktioniert es bei der PS3 und den alten Konsolen noch nicht. Ich zeige euch mal zwei Punkte von 27, wo das in der Story Mission funktioniert. Die Tiere wechseln immer ab. Das ist hier oben auf dem höchsten Berg von GTA 5, ist der erste Kaktus von 27, den Rockstar Games in GTA 5 versteckt hat. Ich finde es ein sehr cooles Feature, was sie eingebaut haben. Es gibt noch viele, viele andere Features, die wo neu sind und die, wo ich euch natürlich auch noch auf meinem Kanal präsentieren werde, Leute. Hier bei diesen Fahnen ist der erste kleine Kaktus. Ihr müsst einfach Steuerkreuz nach rechts drücken und dann verwandelt ihr euch wahllos in irgendein Tier. Es ist immer ein anderes Tier. Ich verwandle mich hier in eine Möwe. Eine Möwe ist in dem Sinne voll witzig. Ihr könnt fliegen und alles und ihr könnt Passanten ankacken. Also ihr könnt scheißen, was das Zeug hält. Im Ernst gesagt. Es ist ziemlich witzig. Ihr könnt die Map erkunden. Und es gibt natürlich auch noch andere Tiere. Ihr könnt euch in Hunde verwandeln, in Katzen, in große, in kleine Hunde, in Kühe, glaube ich, geht es sogar. Ich glaube, einmal habe ich gehört, dass man sich in Löwen auch verwandeln kann. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie ihr kacken könnt. Es dauert halt ein bisschen, bis ich unten bin. Deswegen habe ich das jetzt nicht gezeigt, weil es ein bisschen schwierig ist, wenn man die Leute vollkackt, bis man einen trifft. Aber wenn man einen trifft, regt er sich total auf und wenn er sogar eine Waffe hat, will er einen sogar abschießen. So, hier kommen wir zur zweiten Stelle. Das ist ganz am Anfang, da wo Franklins Haus ist, ein paar Straßen weiter. Hier könnt ihr es sehen. Rechts ist das Haus, das grüne Haus. Und hier auf diesem Baseballplatz, hinter diesem Schlagplatz, ist der zweite Kaktus. Und hier werde ich mich in einen kleinen Hund verwandeln, in einen Pitbull. Und das ist ziemlich witzig, weil ihr könnt dann Leute anfallen, totbeißen und es macht einfach nur endlos Fun, Leute. Ihr könnt natürlich auch noch in andere Tiere euch verwandeln. Aber ich finde, das ist einfach richtig cool, dass Rockstar sowas in GTA eingebaut hat. Es sind auch noch neue Easter Eggs drin, die kann ich euch auch zeigen, wenn euch das gefallen würde. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und jetzt könnt ihr zuschauen, wie ich mal ein paar Passanten und zum Schluss sogar Bullen totbeiße. Das macht richtig Fun. Und ihr habt dann so Hallos. Das ist eigentlich so ein Hallo-Drogen-Zustand hier. Ihr seid eigentlich gar kein Tier. Und wenn das Ganze dann aus ist, wenn ihr es weg macht oder tot seid, dann lauft ihr am Boden noch so krabbelnd rum, wenn ihr wieder aus dem Zustand rauskommt. Aber jetzt lasse ich euch den Rest des Videos genießen. Euer Matrix. Ciao Leute. Haut rein und vergesst nicht, auf German Glitch TV und meinem TeamSpeak vorbeizuschauen. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.